Hallihallo, liebe Fans, Zuschauer, YouTuber, Leo-Fans, also Fans mit meinen zwei, egal, scheiße Leute, das wird nix, fangen wir mal an mit einer neuen Partie zu zocken, ich hoffe diesmal kotzt mir der Controller nicht gerade jetzt ab, der ist mir nämlich gerade abgekotzt, so, Modell speichern, keine Ahnung was ich damit gespeichert habe, ähm, Play als Gastgeber, Galaxykarte, Aufakte, Weltfortfahren, äh, ich, schon wieder? Ach komm, ich hab keinen Bock mehr, scheiße Lego, ne, Drecksspiel, sollen sich was besseres einfallen lassen, fix man, ey, das kotzen, so, geht das jetzt wenigstens nicht, oder geht das immer noch nicht, das kann ja nicht sein, ey, ähm, wo waren wir denn, ich glaube wir müssen da hin, oder? Wir waren hier, dann müssen wir hier hin, oder? Zur Welt, eine Welt finden, gesperrt, gesperrt, äh, eine Welt, äh, zur Welt, war es das schon? Nee, da war es denn nie, oder? Ich glaube auf der Welt war es schon mit meinem Junior, die Feuerwelt oder so, also ihr werdet wieder gesammelt, 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 wenn euch das Sammeln zu lang ist, dann spult es einfach vor, ihr kennt das im Prozedere. Urgeschichtliche Gefahr. Ach, ich hab aber keinen Input, scheiße, keine Input. Die Gedankenblase deiner Rakete verrät dir, wie viele goldene Steine du noch brauchst, um die nächste Belohnung zu erreichen. Allerdings gibt es die nicht auf allen Welten in Hülle und Fülle. Sobald du meinst, auf einer Welt alle goldenen Steine gesammelt zu haben, solltest du eine andere Welt aufsuchen, um mehr davon zu finden. Ah, der Himmel fällt uns auf den Kopf. Ach, Quatsch. Es ist noch einer von diesen Meteoriten. Cool. Also voll cool. Cool wäre es, wenn mein Controller gehen würde. Dann hätte ich wenn es ein bisschen nütig zum Spiel. Scheiße, das nervt mich gerade eins. Ich weiß gerade, wie mich das nervt. Du solltest dir die Meteoriten... Nein, ich sollte meinen Controller an das Besteck bekommen. ...nützliches zu finden. Verdammte Axt, man. Ich kann ja nicht... Das Spiel mit Maus ist scheiße, man. So. Also wir haben letztes Jahr... Bei Leuten gesagt, immer fleißig. Das linke SCRG... Du solltest dir die Meteoritenabsturzstelle anziehen. Kann ich da runterfahren? Dort gibt es sicher etwas Nützliches zu finden. Bin ich jetzt tot? Ist es ein Bug? Ah, okay. Interessant. Autsch. Ich muss nicht mit Tastetoren mit Maus spielen. Das geht mir gerade richtig auf den Zeiger. Ähm... Wie war denn das? E war das? Ja, das heißt mir kein Knutscher zuwerfen. Du solltest dir die Meteoritenabsturzstelle ansehen. Dort gibt es sicher etwas Nützliches zu finden. Leute, ich komme gerade nicht... Ja, hallo, eh. Grüßen. Nee, ich will ja nicht grüßen. Wie kommt der auf Grüßen? Da kriege ich schon wieder die Palme. Äh, wo ist denn das hier? Heranzoomen, bewegen oder halten. R springen, Aktion. Oder F. Fähigkeiten interagieren. Ich hätte gedacht... Gegenstände... Du solltest dir die Meteoritenabsturzstelle anziehen. Dort gibt es sicher etwas Nützliches zu finden. Heranzoomen. Ich muss jetzt da wirklich erst hin, oder? Bevor ich mein Inventar... Okay. Dann zappeln wir da jetzt hin. Nur weil er es will. Und ich hoffe, dass ich dann in der nächsten Folge wieder mit Controller spielen darf. Was war... Au, 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 au. Was war hier? Hier war irgendwas ein E. Da. Da. Nehme ich jetzt mit. Du solltest dir die Meteoritenabsturzstelle ansehen. Dort gibt es sicher etwas Nützliches zu finden. Nein, will ich jetzt nicht. Nein, ich will den Krebs. Ist er jetzt tot? Ist er Krebs? Ah, wo muss ich denn hin? Da hinten. Ah! Wuh! Wuh! Ich bin Spider-Man! Tchuu, tchuu! Und das Netz fehlt. Freigeschaltet. Super. Landschaftswerkzeug. Mit dem Landschaftswerkzeug kannst du die Umgebung neu gestalten. Lasse Berge emporragen, Grabe schluchten oder ebne ein ganzes Dorf ein. Du hast das Landschaftswerkzeug. Du hast die Macht. Landschaftswerkzeug. Super. Und wie komme ich jetzt? Mein Gott, ich weiß nicht mehr, wie das war mit dem Blöden. Ich hab echt... Ach, mit Tappt war's. Jetzt, ich habe das Landschaftswerkzeug. Ist das Landschaftswerkzeug? Linie ziehen. Form 2. Okay, Kugel oder Würfel. Löschen ist eins oder... Okay, das hinzufügen. Das heißt, ich hinzugefügen. Zufüge nicht. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Das heißt, ich muss nochmal ein einzurücken oder... Ah, okay. Ist ein bisschen tricky hier. Okay. Zeiger größer, ändern Q und E. Okay. Okay, okay, okay. Und Achse wechseln ist Umschalten links. Umschalten links ist... Oder? Achso, eins drücken. Umschalten. Umschalten eins. Warum kann ich dann Linie ziehen? Achsenfeststellung. Ach, da oben. Ach, da kann ich dann entscheiden, ob ich hier... Ah. In welche Richtung? Das ist nur ebenerdig. Wenn der blaue Pfeil und der grüne Pfeil normal ist, oder? Stimmt das? Dann gibt's... Das ist frei. Und rot, das müsste dann nur nach oben sein, oder wie? Ah. Ja. Heavy. Juhu. Ich kann Actionumstellung machen. Äh, hallo? Da. Achso, das ist gekauft, wenn ich jetzt siebze. Oh, mhm. Ich bin der Herr, der Legosteiner. Uah. Scheiße, Mann, Leute. Äh. Form hoch und runter. Ey. Umschalten rechts und er. Sag mal, wer sollte denn das bitte drücken? Das kann kein Mensch drücken. Knalltüten die. Den Zeiger schwenken. Was ist schwenken? Ah, okay. So. Dann Tab. Das war... Tab. Kann ich jetzt auch wieder abbrechen? Ah, Escape. Muss ich drücken, okay. Das ist hier das Einsammelwerkzeug. Ich sammle wieder ein. Boah, haha. Äh, wie war das einsammeln? Reicht das schon? Yes. Reicht. Also, ich kann's einsammeln und danach kann ich's kaputt machen, um Kohle zu kriegen. Oh, den fehlen ja Augen, oder? Interessant, interessant. Na, da steht aber noch einer. Was ist das hier? Wuh, wuh. Also, wie gesagt, mit Controller spielt sich das Ganze viel schöner. Äh, ist ein bisschen tricky hier. Oh, hier, der hat Augen. Bams. Auge gemobst. Etty, betty. Hör mal schon. Das heißt, wenn ich dir jetzt ein Auge raus haue, kriege ich das dann. Hüpfen, halten, heranzuhen. wegpacken, wegpacken. Und gib mir dein Auge. Gib mir dein Auge. Was gib mir dein Auge geben. Was ist das? Wie jetzt? Oh, echt jetzt? Versuchen wir's nochmal. Ich will nämlich, ich will nämlich was testen. Entdecken, mittel. Ich möchte nämlich das Auge. Habe ich das Auge jetzt gehabt oder ne? Oder es ist nur einfach rausgeplumpst da. Den das da reinstecken. Ob der da auch so glotzen kann. Drehen. Das ist jetzt richtig. Das sieht so verkehrt aus. Geh weg, nur Vogel. Kann ich den besser wieder wegnehmen? Der Schietenwissen, oder? Kriegt der zwei Augen. Die können noch eins im Mund reinstecken, oder? Äh, C war wegstecken, oder? Ja. Oh, heisst du es? Heisst du es? Ich habe dir gerade die Macht gegeben, der Augen. Ups. Da sind sie wieder runtergeboren. Geplumpst. Wo verschwinden die? Die könnten ja eigentlich hier rumkollern. Was mache ich mit dem? Mal trinken. Sehe, ist das offen? Okay. Eigentlich jetzt spiele ich hier mal hier ein bisschen weiter. Das müssen wir von der Story her kommen. Und danach sammle ich ein. Machen wir es einfach so. Ich mache immer zuerst die ganzen Sachen hier. Und dann... Och. Und dann kann ich für mich so ein bisschen spielen. Weil ich glaube, sonst seid sie nur am Rumspulen. Die Folge geht dann 120 Minuten, oder so. Es muss einen Weg geben, diese Lava zu überqueren. Du könntest mit dem Landschaftswerkzeug Steine platzieren und eine Brücke bauen. Freigeschaltet. Hinzufügen und entfernen. Los. Rüber, rüber, rüber. Ups. Entschuldigung. Huuu. Ich habe einen goldenen Schick. Ich bin jetzt schon voll der Lego-Profi. Wof. Wie viele Steine müssen wir... Woh. Du könntest eine Insel draußen auf dem Meer bauen oder auch eine Treppe zu den Wolken hinauf. Deine Werkzeuge, deine Entscheidung. Oh, kann ich denn? Oh. Oh. So. Entdeckungswerkzeug muss. Ach nee, nee, scheiße. Ah, das war's feicher. Das war's feicher. Ich will zurück. Ich will zu meiner Mami. Ähm. Nein, Mann. Ach, Escape war das. So. Und dann... Ich sage ja, mit Controller ist das Ganze viel schöner. Äh, Escape. Da ist der Typ, den man sich dann freischalten muss. Höhlenmenschen. Die stecken öfter mal Furcht. Tja. Wenn du ein Werkzeug hättest, das Gelände entfernen kann, dann könntest du hier Hilfe lassen. Aha. Was macht denn die da, die Kröte? So. Alles abgebaut. Her damit. Juhu. Entdeckender Bauer. So, jetzt schalt frei. Ja, geh. grabe die Landschaft verantwortungsvoll um. Natürlich. Immer. Ich würde natürlich nie was anderes machen. Ja. Äh, hallo? Hallo. Ich möchte bitte das Werkzeug haben. Warum kriege ich das jetzt nicht? Escape. Und das kriege ich jetzt nicht, oder was? Doch, jetzt. So. Noch so'n Typen, ja. Und wenn wir hier schon mal hier sind, dann nehme ich es jetzt auch mit. Du weißt doch nicht, was es ist. Ich hab's einfach eingesammelt. Irgendwas, irgendwie, kann man immer gebrauchen. Was ist das? Brauchen wir hier. Ach, ich kann ja noch so stören, ne? Ja, das kann ich alles dann machen, aber... Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Äh, Leute? Wo muss ich hin? Darüber. Der könnte ruhig mal ein bisschen schneller. Ich brauch nur ein Jetpack. Unbedingt. Jetpack, Leute. Unbedingt. So, was muss ich hier machen? Uuuu. Was? Reden. Du kannst Gelände anheben. Ich sollte vielleicht auch lesen, was der will, ne, von mir. Das ist ja vielleicht für euch auch... ...freigeschaltet. Anheben und absenken. Äh, was war anheben und absenken? Äh... Achselfeststellung. Zeige hoch, runter. Leertaste. Und... Nee. Oder? Nee. Wo war denn das? Schwenken gedrückt halten? Äh... Absenken? Bin ich jetzt bescheuert? Form? Hinzufügen? Löschen? Ich lösche sie einfach und fertig. Guck mal, die kommt doch eh schon von allein runter, ja. Oh, er mit den Steinen. Ich glaub, da kann man ja auch das wirklich so hoch oder runterziehen, oder? Wie gesagt, mit Controller ist das einfach ein bisschen instinktiver. Oh, weiß ich. Da war grad... Da war grad ein Controller eigentlich schon. Nein. Toll. Und ich hab mich schon gefreut. Und ich hab mich schon gefreut. Ah ja. Puppe, die wandern. So, was muss ich jetzt machen? Wo ist hier noch ein Licht? Wo ist ein Licht? Da hinten ist noch ein Licht. Achso. Kann ich den einsammeln eigentlich? Kann ich später machen. Komm. Mission. Mission. Ich brauch Steine. 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 Der Herr der Steine. Hopp. 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 Oh, was ist das? Oh, hier? Da sind wir. Steck ja fest. Du reden. Ich gebe das. Ja, los. Das Landschaftswerkzeug bietet dir viele Möglichkeiten. Jetzt musst du dir überlegen, wie du den armen Kerl retten willst. Freigeschaltet. Ebenen. Ebenen. Wo ist denn das? Sieht das einer von euch? Ich sehe es nicht. Schwenken, Rückgänge, Wiederholen. Ebenen. Was ist denn Ebenen, bitte? Ich könnte auf jeden Fall die Formgröße machen. Das wäre schon mal praktisch. Ich könnte die Form ändern. Das ist größer. Oh, meine Riesenfette Kugel. Bam. Aber der wollte es ja eigentlich geebnet haben, deswegen checken es nicht ganz. Die Form. Riesenfette werfen. Wo ist es der Typ? Habe ich den jetzt eingebaut? Habe ich den jetzt echt eingebaut? Toll. Super. Autsch. Und eins. Und wieder hoch. Wo ist es jetzt hin? Immer noch nie raus. Das ist ganz schön tricky mit dem Ding, ja, ne? Ich sehe jetzt raus. Ich sehe ihn denn nicht. Da ist er doch. Was? Was will denn die jetzt von mir? Oh. So. Bombs. 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 Alles entfernen hier. Ich meine, nächstes Mal muss ich das mal machen. Was will denn die jetzt? Wo kommen die jetzt her? Da fehlen aber immer noch drei. Was soll ich denn die drei Steine herkriegen? Wenn ein Gebiet geebnet wurde, eignet es sich perfekt als Baugelände. Sei jedoch vorsichtig. Denn das Landschaftswerkzeug kann ganze Gebäude einebnen, wenn du nicht aufpasst. Dieser Vulkan sieht gefährlich aus. Du solltest die Gelegenheit vielleicht nutzen und Reis ausnehmen. Okay. Reis ausnehmen. Interessant. Habe ich schon. Habe ich schon. Soll ich den jetzt wirklich abhauen oder soll ich ihn einfach platt machen? Den Vulkan. Habe ich schon, ne? Habe ich schon. Habe ich noch nie? Das habe ich doch schon gehabt. So. Du hast alle goldenen Steine auf dieser Welt gefunden. Ach, habe ich tatsächlich? Es wird Zeit, eine andere Welt aufzusuchen. So. Das ging jetzt aber flott, ne? Eigentlich. Dann sammle ich jetzt ein. Ha! Wie ich es versprochen habe. Wie ein gestörter. Sammeln, 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 sammeln. Alles, sammeln, alles meins. Und dann vernichte ich alles, damit ich eine Haufen Geld noch kriege. Und dann setze ich hier fremde Kreatoren. Hier rein, die hier gar nicht reingehören. Ha, ha, ha. Huhu. Ich bin so dreckig ungemein. Ich muss dein Feind sein. Was haben wir hier noch? Das, 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 das. Was ist denn das so? Das war so. Helpler. Ach so, das kann ich nur entfernen. Aha. Aber weil ich schon eingesammelt habe, kann ich schon entfernen. Okay. Und das muss ich freischalten. Okay. Okay. So, so, so. Ich will alles einsammeln, gell? Ich will alles meins. Alles meins. Ach, das. Ah, cool. Hm, der hat auch Augen. Aber die Augen kann ich nicht ein... Die habe ich schon. Was? Die? Da kann man hoch. Die haben alle... Die gucken mich alle an. Ich mag mir angeklotzt werden. Mann, lass mich hier spielen. Huch, 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 huch. Fische. Fische bringen mir auch nicht so viel, weil Fische muss ich auch irgendwie einfangen. Ein bisschen sinnlos. Ähm, so, mein Werkzeug ist weg. Habe ich schon, habe ich schon. Mein Gott. Und die Bäume gehen nicht, oder was? Das ist ja witzlos, oder? Jeden Scheiß kannst du ja einsammeln, nur Bäume nicht. Alles klar. Natürlich. Voll logisch. Naja, es ist Lego. Was erwarte ich von euch? Nein, ich will hier noch nicht weg. Ich fühle mich hier ganz heimisch. So, mit dem ganzen Lava und so. Urbala. Was haben wir hier? Achso, der war schon. Okay, interessant. Huch, nein, wo rennt er denn hin? Mein, du Blindfisch. Geh da hoch. Habe ich schon, 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 habe ich schon. Habe ich schon. Alles habe ich schon. Alles. Furchtbar. Ich bin der, habe ich schon. Mensch. So, die Typen haben wir auch schon. Schon, schon, schon. Ja, dann packen wir ein, das Ding. Können wir kaufen, ne? Wie viel, wie viel habe ich denn überhaupt? Wo steht denn die Kohle? Mal sehen, wo die Kohle steht. Hä? Leute. Wo steht denn das? Drehen. Achso, der Escape muss man drücken. Ja, Info. Wo steht denn meine, wo steht denn meine Kohle? Pause? Hä? Okay. Ich habe keinen Dunst. Weiter. Vielleicht hat man die Blauen. Unendlich? Ne, ja, ne? Ich muss zerstören. Das. Einsammelt. Wie gesagt, ich mache hier alles platz. Ne, ja. Ich muss sich das alles platz machen. Aber doch, weil ich muss ja das irgendwann mal kaufen, das Zeug. Also brauche ich die Kneter. Und die Kneter kriege ich ja noch. Da, das Zerstören. Der sind, das ist ein... Items hier. Dessen, losen, Items. Mein Gott, hey. Verzeiht mir meine Sprache. Aber ich bin irgendwie ein bisschen müde. Es ist schon spät. Ich hatte einen anstrengenden Tag am Vatertag. Mit meinen Kindern. Einen schönen, aber einen anstrengenden Tag. Hab ich denn... Was kann man mit dem machen? Warum kann ich? Was kann ich jetzt mit dem Knochen machen? Okay, ich frage lieber nicht. Ich frage lieber nicht. Oh, jawoll. Was... Was bedeutet das? Alles haben. Alles. Ich will alles haben. Ich hab so viel Kneter. Alles freikaufen. In der Hoffnung, dass ich dann nicht mehr wegkomme. Ah, ein Hüpf-Skelett. Kann man da helfen? Ah, cool. Das ist süß. Hahaha. Erstmal muss ich ja ein Thron her. Ja. Weil der König, ja. Der... Der König muss ja irgendwo sitzen, ja. Am besten... Hier, in der Ebene oder so, oder? So. Wie lange geht denn die... Die... Was? Schon 25 Minuten schon wieder. So, drehen. Ja. So. Da sitzt der König. So. Was haben wir noch? Schiff brauchen wir, ne. Und wird bewacht von seinen Skelettern. Was ist denn das? König der Himmels. Was? Was ist denn das bitte? Mission. Was ist denn Mission 1? Mission aus. Mission... Machen wir da, oder? Das setzen wir jetzt da hin. Den riesen Kraken. Ich weiß noch nicht, für was ich den brauch, aber ich sitze ihn einfach. Huch! Ah! Ist ja klar, ne? Jetzt, weil ich meinen coolen Kraken hatte. Kommt auch immer damit an. Wow. Wow! Ne Piraten-Ober, ich auch, ja. Bats! Muss ja jeder wissen, wie spät es ist hier. So. Und das Ganze wird bewacht von meinen Skeletten. Die Ohr geht falsch, oder? Wir haben es nur um 6. So. Da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Da ist jetzt ein Skelett. Und? Kleiner Schädel. Alte Skelett. Ja, der liegt ja schon. Der war nicht brav. Wollen wir noch. Eine Piratenflagge, ganz wichtig. Ich bin zwar kein Pirat, aber das ist meine, meine Insel. Meine Leute. Man kann sich jetzt so viel schönes Zeug zusammenspüren. Und guck, eine Freundin brauche ich auch. Ja. Du sagst ja, weh, du hast ab. Das ist jetzt meine Freundin. Oh, nein. Nie noch eine machen. Dann lieber noch einen Typen. Nee. Nee, der nimmt die mir ja weg. Obwohl, die können sich ruhig sparen. Bloß. Die soll ich sparen. Die soll ja viele Kinder kriegen auf meiner Insel. Ist das jetzt die beste Insel zum Wohnen, glaube ich? SK? SK? Ich brauche dieses Ausgleichswerkzeug. Das war eigentlich das, ne? Das war das. So. Die Form etwas. Nee, das Q. Kleinerung. Genau. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Wo habe ich... Oh, Mann. Gott. Treppe bauen. Ach, Leute. Leute, Leute. Ich habe es gerade voll verkackt, hey. Wie baue ich denn eine Treppe, Mensch? So. Einmal. Äh... Hallo? Zweimal. Komische Treppe, ne? Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Warum zähle ich da eigentlich mit? Ich habe keinen Dunst. Oh, Gott. Hier muss man irgendwo unten sein. Ja. Ohne Kurve. Äh... Hey, Leute. Ich weiß nicht, ob ich hier runterkomme, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier runterkomme. So. 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 Wir probieren es einfach aus. Buuuu. Hopp. Ja, geht schon, ne? Komm schon hoch. Ein König kommt überall hoch. Kann man das eigentlich nutzen? Yeah, yes, style, Alter, style. Warte, wir brauchen noch einen Screechot. Screechot. Yes, drücken. Oh, perfekt. Oh, meine Alte, äh, meine Freundin. Hier, komm, setz dich nieder zu mir, Baby. Yes. So, Gott. Wie ist nieder eigentlich da hochgekommen? Kannst du dich hauen? Entschuldigung. Hör auf zu heulen jetzt hier. Mein Gott. Hast du Angst vor mir? Kannst du dich anmachen? Äh. Die ist so ganz traurig. Ist dein Freund nicht da? Oh, in diesem Schluck. Komm ich da rein? Oh, da geht's wirklich rein. Da war ich, glaub ich, letztens schon mal drin. Krabbel, 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 krabbel. So, eigentlich können wir uns ja hier von der Insel verpissen. Ich hoffe, dass die jetzt nicht explodiert. Ich bin der König, der, äh, 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 Assassiner. Huuuuh. Hab ich das fotografiert? Ich hoffe. Das Assassinenfoto. Ich bräuchte noch eine Leiter, das wär cool, oder? Aber ich glaub, eine Leiter hab ich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Bist du cool, oder was? So, ich auch. Kneter. Ich hab ja wieder Haufen Geld ausgegeben für den ganzen Schmuh, den ich hierhin gebaut hab. Für die ganzen Schmuh. Das müssen wir natürlich wieder ein bisschen sammeln. Wie gesagt, ihr dürft's meinetwegen gerne vorspulen, bis ich ins Raumschiff einsteige. Ich wär hier noch so ein bisschen blatt machen. Und Kohle einsammeln. Die ganzen Items hier hab ich ja schon. Alle Gegenstände. Items. Ja. Hab ich ja schon eingesammelt. Oh, was ist der? Achso, da hinten war Lava Plus. Ja. Ein cooles Haus da oben. Voll cool. Ich bin so stolz auf mich. Ich würd mal... Komm ich da eigentlich auf den Baum auch hoch? Das würde mich mal interessieren. Wenn ich da jetzt hochkraxle? Geht das denn, oder was? Geht das jetzt nicht? Autsch. Toll. Ein Batman-Sprung macht er hier. Eine Arschbombe. Ach, einen Baum hochkrabbeln kannst du schon. Ja, wow. Du bist so Freestyle, Alter. So fett. Ich sag, ich brauch ein Jetpack. Wobei, der kann ja eh überall... überall hinkrabbeln. Geronimo! Was? Wo kommt der Schirm an? Was? Dann, 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 dann. Geh ihm! Achso. Kann man ja nicht. Was ist denn das jetzt? Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh. Was ist das? Cool. Ach, 100% entdeckt, oder wie? Keine Ahnung, was ist das jetzt gemacht? Ich glaub, das war eine Aufforderung, dass ich hier wegfliegen soll, dass ich alles fertig hab. Die verstehen mich halt einfach nicht. Die können's halt nicht lassen, ne? Die wollen die nötigen mich, dass ich abhaue. Aber nein, ich haue ja nicht ab. Doch. Aber jetzt nicht. Ich brauch Knete. Knete. Und Knochen. Ich weiß noch nicht, für was die Knochen, aber ich brauch Knochen. Ich weiß noch nicht. Gib ihm. So. Jetzt bin ich eh gleich rum oder so, oder? So groß ist die in den Sinn. Dann, dann. Dann, dann. Ah. Uh. Ah. Bams. So. Da seh ich schon so ein Raumschiff. Ah, seht ihr, Leute. 30 Minuten hier rumgepopelt. Dann sind wir weiter. Oh Gott, hab ich einen Muskelkater. Ich weiß gar nicht von was. Äh. Ihr könnt's gerne einen Daumen da lassen. Keine Ahnung. Oder einen Kommentar. Ich freue mich über jedes Kommentar, solange es freundlich ist. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Welt. Dann würde ich sagen, ciao, ciao. Und bei euch der nächsten Welt fliegen wir wieder hin. Und da sind wir wieder live dabei. Und ich hoffe diesmal dann mit dem Controller. Tschüss.